Moin, wir haben jetzt ganz früh am Morgen, ich muss jetzt los, ich habe um 9 Uhr einen Termin in einer Werkstatt, da wird mal eine Spur vom Auto eingestellt, kostet mich auch wieder 75 Euro, aber müssen wir jetzt machen. Hallo, guten Morgen, guten Morgen, ja. Auf geht's zur Werkstatt und dann wird, ja, losgegeben. Oh man, gut. So, ich bin jetzt schon ein bisschen länger zu Hause, ich habe gerade Fernsehen geguckt, Trütteltrupp, das müssen wir auf alle Fälle jetzt ausmachen, deswegen, ja, wir gehen jetzt wahrscheinlich raus, noch ein bisschen das Wetter genießen um 15.30 Uhr, haben wir fast, ist jetzt gleich Bundesliga und dann gucken wir erstmal Fußball und dann gucken wir, ob wir am Abend noch was unternehmen. Ich habe Bock spontan irgendwas zu unternehmen, eigentlich habe ich total Bock, so auf Freizeitpark oder so, aber vielleicht kann man ja auch einfach mal so ein Schwimmbad fahren, wir gucken mal. So, ich gehe jetzt runter in unser Wohnzimmer mit meinem Vater Fußball gucken, schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, was wir im nächsten Vlog machen sollen. Oh, ich nehme jetzt mal einen Schlüssel und dann geht's ab zu Eugene, das heißt, ich muss jetzt bis nach Bonn driften, das sind von hier ungefähr, wie lange ist das, 45 Minuten oder so. So, trinken wir ein bisschen was, was auch immer, quatschen ein bisschen. Ciao Sammy, bis morgen. Bis morgen. Kriegst du noch ein High Five? Danke. Fast das Verkehrsschild mit eingeblendet, Swinkersmiley. So, ich stehe jetzt hier vor Eugenes Straße, die Straße ist aber komplett mit Baustelle zu, ich habe ihn angerufen, er kommt jetzt gleich, weil ich habe keine Ahnung, wo ich parken soll, ich habe auch keinen Bock, so weit zu laufen. Da steht er schon. Hallo. Und, was sagst du? Es schmeckt nach Waldmeister. Ist da Alkohol drin? Nein. Schmeckt aber so. Weil du ein Alkohol-Ekollis. Für dich sieht alles nach Alkohol. 100% Kritsch, ne? Das ist ein Alkohol. Und sag nochmal in den Namen. Ich muss es mal lesen. Boah, lecker, dieses Tapch Rom-Rajma. Das sieht so scheiße aus. Das sieht so scheiße aus. Da war natürlich nicht wieder noch. Und da haben wir jetzt gerade noch Essen bestellt. Bommes, Frühlingsrollen. Wir haben Pizza bestellt, die hat Eugene da hinten. Hier ist noch irgendein chinesisches Nudelgericht drin. Mit gebratenen Nudeln. Und hier ist Knoblauchbrot drin. Das heißt, wir haben ein Megamal für zwei Personen. Und der ist die ganze Zeit mit so komischen Leuten aus Russland am Videochatten, ne? Ob ihr es mir glaubt oder nicht, wir haben halb zwölf. Ich bin gestern Abend absolut eingepennt nach der letzten Aufnahme. Deswegen bedanke ich mich jetzt, während ich den Vlog am schneiden bin. Dafür, dass ihr zugeschaut habt, lasst ein Like und ein Abo. Da würde mich freuen. Und wir sehen uns morgen um 20 Uhr wieder beim nächsten Vlog. Schreibt auf alle Fälle in die Kommentare, was ich im nächsten Vlog machen soll. Und es wird gemacht, versprochen.